Wilde Theorie, hat Damar nach Herzstillstand gegeben? War Damar Hamlin, 24, gar nicht selbst anwesend? Anfang des Jahres hatte der Football-Spieler völlig unerwartet während eines Matches einen Herzstillstand erlitten. Noch auf dem Spielfeld hatte man den Sportler wiederbeleben können. Inzwischen geht es dem US-Amerikaner auch den Umständen entsprechend gut. Daher zeigte er sich auch am Sonntag als Besucher bei einem Spiel, doch Damars-Fans vermuten, dass nicht er, sondern ein Double anwesend war. Wie TMZ berichtet, gäbe es im Netz wilde Verschwörungen, die besagen, dass der 24-Jährige aus Sicherheitsgründen gar nicht selbst anwesend war, sondern eine im Ähnlich Sehende Person zu dem Match geschickt habe. So sei der Football-Star nicht wirklich zu erkennen gewesen. Da er sowohl eine Maske, einen Kapuzen-Pulli als auch eine Sonnenbrille getragen habe. Auch habe Damar nicht mit den Medien sprechen wollen, was die Spekulationen weiter befeuerte. Wie Insider gegenüber TMZ-Sports klarstellten, würden die Vermutungen, dass es sich bei dem Besucher des Spiels nur um ein Double gehandelt habe. Nicht der Wahrheit entsprechen. Zu den Verschwörungstheorien hat sich Damar selbst bisher jedoch noch nicht geäußert.